So Pilzfreunde, heute gehen wir nochmal in den Wald. Nun ist es Mittagspause, ich habe mir heute zwei Stunden für den Waldweg Zeit genommen und wir erobern heute ein neues Pilzrevier. Einige von euch haben mir ja schon geschrieben, dass auch bei euch die Harvester zuschlagen und die Borkenkäfer, nun das ist hier nicht anders. Und ja, was soll ich sagen, wir haben ein neues Pilzrevier entdeckt, was ich jetzt etwas weiter erkunden möchte. So die Idee ist im Moment doch ein bisschen größeren Korb voll zu sammeln. Und zwar haben wir es heute auf Steinpilze abgesehen und schauen mal, ob wir hier Erfolg haben können. Und was wir auch noch machen, wir schauen gleichzeitig, ob es vielleicht hier in dem neuen Revier Birken gibt. Denn ich bin ganz schön erkältet und ein paar Birkenporlinge würden mir hier gut tun. Ersatzweise auch ein paar Schmetterlingstrameten. Kommt mit und lasst euch überraschen, was wir in diesem neuen Wald euch heute zeigen dürfen. Pilsfreunde, und hier seht ihr auch einen wunderschönen Weg und ihr seht auch das Ziel. Das sind natürlich hier diese wunderbaren Fichtenwälder. Ja, die sehen noch richtig gut aus. Und ja, hier haben wir auch Buchen eingestreut. Und das ist natürlich ein Habitat. Da fühlt sich der Fichtensteinpilz wohl. Und ich mich auch. Und jetzt geht's los. Und Pilsfreunde, der Anfang ist gemacht und wir sehen hier natürlich einen wunderschönen Pilz. Ja, noch ist es ein neuer Pilzwald, der zu entdecken ist und das macht mir richtig Spaß. Und hier sehen wir einen Scheidenstreifling. Hier schauen wir uns den Pilz an. Ja, kaum zu übersehen, diese wunderbar gestreifte Huthaut. Der ist jung, der ist noch gar nicht richtig geöffnet. Und wir haben es hier aus der Gattung Amanita zu tun, natürlich mit Pilzen. Und ich will den gar nicht hier wirklich ausgraben. Der wäre essbar. Ich will es nur zeigen. Wir sehen da ganz unten drunter auch, ja, wie so eine aufbrechende Knolle, aus der er rauswächst. Ja, ein essbarer Pilz, ein relativ fragiler Pilz. Uns ist das meistens nichts. Ich lasse die gerne im Wald. Aber die könnte man essen, denn alle Scheidenstreiflinge sind mehr bis minder gute Speisepilze und nicht giftig und damit essbar. Nun, der darf hier bleiben und es ist wahrscheinlich der rehbraune oder auch fuchsige Scheidenstreifling. Ja, das ist mit Scheidenstreiflingen so eine Sache und im Feld sind sie nicht so ohne weiteres zu bestimmen. Aber das sollte der Kamerad hier sein. Und wie schon vermutet, haben wir es dann doch geschafft. Und in dem neuen Wald, und hier steht alles von Meerreslinge, übrigens auch ein toller Steinpilzanzeiger, einen Steinpilz entdeckt. Ja, das ist der gemeine Fichtensteinpilz. Ihr habt den schon absolut erkannt. Der ist natürlich nicht gemein, sondern gemein verbreitet. Das heißt, der kommt überall recht häufig vor. Und so auch hier in unseren Wäldern. Und dies Jahr, wie ihr ja wisst, ist ein sehr, sehr gutes Steinpilzjahr. Und der ist richtig jung und knackig, hat noch richtig weißes Futter. So muss das sein. Wir sehen hier das Stielnetz, so ganz leicht weißlich. Ich versuche das so ein bisschen zu zeigen. Ist gar nicht so einfach. Und ja, diese schönen braunen Töne. Die sind hier fast madenfrei. Das ist perfekt. Und den nehmen wir natürlich mit. Hat man erst mal einen gefunden, dann sollte man sich natürlich, ihr wisst, umschauen. Denn die treten in der Regel in kleineren Gruppen auf. So, auf den ersten Blick scheint es hier der einzige zu sein. Wir suchen mal weiter. Und wie ihr seht, ist auch heute uns der Steinpilz Gotthold. Und jetzt sehen wir hier wieder einen herrlichen Pilz. Und jetzt genießt einfach mal den Moment. Kennt ihr das? Ihr seht so einen Hut. Ihr seht, der ist fest, nicht zerfressen. Und dann macht ihr ihn aus dem weichen Moos. Und ein kalter Wind weht euch um die Nase. Genießt das mal mit. Ja, Freunde, schöner geht's doch gar nicht. Und der ist perfekt. Jung, knackig in einem 1a Zustand. 10-15 cm groß. Und unten den richtig dicken Knüppel. Ihr kennt das nicht? Man macht den raus und einfach nur, es steigt einem ein Lächeln ins Gesicht. Das geht nicht. Gar nicht anders. Und das ist ein fantastisch schöner Pilz. Und jetzt schauen wir mal weiter. Und ich habe es schon erwähnt. Könnt ihr das schon sehen? Jetzt kann man weiter ranzoomen. Da versteckt sich doch noch einer. Ja, und ihr wisst ja, ich bin ein Freund der kleinen Pilze. Ich würde größere Exemplare stehen lassen. Ganz einfach, weil sie a. nicht mehr so schmackhaft sind. Und b. Ich möchte ja auch nächstes Jahr wieder Steinpilze finden. Während ein paar kleinere zu entnehmen dem Bestand nicht schadet, wenn gleichzeitig große Aussporen dürfen. Also, ich sammle die Bestände nicht radikal leer. Und das ist natürlich sozusagen fast sowas wie Papa und Sohn. Fast wie bei meinen Pilztoren. So, und das sieht doch schon langsam recht ordentlich aus. Und jetzt schauen wir uns weiter um. Pilzfreunde, jetzt bin ich an der Stelle angekommen, wo wir schon mal recht viel Glück hatten. Ihr seht, ein möglichst lichter Fichtenwald, dass man die Pilze relativ gut finden und sehen kann, nah einer Straße, Sonnen durchflutet und nicht zu kalt. Nun, das ist meist ein guter Anfang. Und jetzt schauen wir mal. Ich habe da einen kleinen Röhrling entdeckt. Nun, schauen wir mal, was das ist. Es gibt da so einige kleine Pilze. Und ihr wisst das vielleicht, die ich sehr zu schätzen weiß. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Und das sieht gut aus. So, also, hier gucken wir uns die Merkmale mal an. Wir sehen so fast zimtige Farben. Ja, ein braun und diese zimtartigen Lamellen. Lamellen. Ja, das ist, wenn man Steinpilze sucht. Manchmal ist es die Aufregung. Nein, das sind natürlich Röhren. Und hier kann man wunderschön die etwas weiter stehenden Röhren zur Stielbasis hinsehen. Nun, das ist natürlich der Pfefferröhrling. Ich probiere den nicht. Man könnte das machen. Aber da ist der Name Programm. Den nehme ich mit. Und ja, ihr könnt vielleicht auch unsere Würzpilz-Videos schauen. Und da ist der Pfefferröhrling einer unserer liebsten Kandidaten und ein Ersatz für Pfeffer in vielen Gerichten. Und wenn da einer ist, ist da meist noch mehr. Und die suche ich wirklich gerne. Die sind mir fast lieber wie die Steinpilze, wenn ich sie denn finden darf. Aber im Moment, naja, keine zu sehen. Nichtsdestotrotz, ihr wisst natürlich, dass die zusammen mit anderen Pilzen Supersteinpilzanzeiger sind, da sie ähnliche Bedingungen zum Wachsen brauchen. So, ich suche weiter. Bis gleich. Und Pilzfreunde, wir sind natürlich nicht allein. Viele Steinpilz-Sammler sind unterwegs. Aber schaut mal, trotzdem gibt es genug im Wald. Und wunderschön knackig kleine Exemplare. Der ist richtig knackig, richtig frisch. Noch überhaupt nicht alt. Zwei, drei Tage älter ist der nicht. Und ja, ich besuche die Stellen natürlich auch öfters. Und da sieht man einen herrlichen Fichtensteinpilz. Und, ihr kennt das ja, wo einer steht, da sind die anderen nicht weit. Und der ist größer. Und wenn man da reinfährt, den Stiel entlang, merkt man schon, ein herrlicher Apparat. Also einfach nur knackig, frisch und fest, in der genau richtigen Größe. Das geht nicht besser. Freunde, das ist einfach herrlich. Die Größeren, die hätte ich eh dagelassen. Das ist das, was ich suche. Nun, jetzt beginnt trotz Erkältung ein Lächeln. Und Pilzfreunde, ihr wisst ja, ich bin ein großer Fan der Täublinge. Nun, wir haben hier wunderbare Speisepilze gefunden. Und hier ist einer so ein bisschen angekippt. Hier sieht man schon den roten Stiel, die gelblichen bis ockernden Lamellen und die rötlichen, im Alter, dunkelbraunen Oliventöne im Hut. Und das sind natürlich wieder Ledertäublinge. Da kann man wunderschön die Huthaut ablösen. Und da gibt es eine ganze Menge. Das sind die rotstieligen Ledertäublinge. Und die sind gar nicht selten. Das ist ein mild, nussig schmeckender Speisepilz, der hier oben wäre gut. Die sind noch fest. Aber heute haben wir es nicht auf die abgesehen. Sonst würde ich die schon durchaus mal mitnehmen. Nun, Pilzfreunde, wenn man einheimische Pilzsammler trifft, die hier schon seit Jahrzehnten Pilze suchen und jeden Wald kennen, da zeigt sich doch, dass man an der richtigen Stelle sucht. Und wieder haben die alten Pilzsuchertricks geholfen. Nun, wenn man Birken sieht und solche schönen lichten Wälder, dann sieht man meist auch, seht ihr es schon? Wunderschön. Da hocken wir uns doch gleich mal hin und schauen uns das an. Ja, hier sehen wir schon, es wird trockener. Da kann sich auch mal der Stiel so ein bisschen aufsparren. Aber der ist knackig und frisch. Merkt man schon, wenn man den nur anfasst. Wieder ein fantastischer Fichtensteinpilz. Sehr schön. Also, die sind hier bei uns noch im Kommen. Die sind noch nicht zu groß. Das geht erst los. Und das ist ja genau das, was ich brauche. Kleine, knackige Pilze. Die großen, die kann ich den anderen lassen. Da habe ich keine Probleme. So, und jetzt schauen wir mal. Ich habe schon im Sitzen was gesehen. Und kaum steht man auf, ist es nämlich schnell wieder weg. Und da wächst diesmal aber kein Steinpilz heraus, sondern ein Täubling. Ja, und das ist ein kleiner, junger, wahrscheinlich wieder, ja, Ledertäubling. Hier wahrscheinlich die Rotstieligen, die hier überall stehen. Und die lassen wir heute mal. Heute fokussieren wir uns mal auf diese Burschen. Das läuft doch nicht schlecht. Und die Laune steigt trotz Erkältung natürlich immer mehr. Wenn man dann hier in diesen schönen, sonnendurchfluteten, lichten Wäldern laufen darf und darf so etwas sehen. Freunde, kennt ihr das? Keine Worte. Genießen wir das jetzt mal zusammen. Auch der ist schon ein bisschen aufgebrochen. Es wird durchaus trockener, aber auch wieder wärmer. Und das ist natürlich ein gutes Zeichen, dass das Jahr so weitergehen wird. Herrlich. Hier wurden bereits die ersten Nachtfröste gemeldet. Also ich hoffe, das lässt noch ein bisschen auf sich warten. Also, das geht nicht besser. Herrlich, die Schnecke muss weg. Das machen wir jetzt erstmal sauber. Und wenn es einmal anfängt, dann wird es meist auch schnell besser. Und hier sehen wir natürlich weitere Pilze. Hier haben wir natürlich wieder was aus der Gattung Amanita, nämlich die Knollenblätterpilze. Und wir sehen hier schon wenig rote Farben, aber rötliche Fraßspuren. Und wenn wir uns das von unten anschauen, ich zeige das hier mal, kann man das deutlicher erkennen, dass der Pilz hier auch rot sozusagen in den Madenfraßgängen reagiert. Nun, ihr seht, wie ich schon vermutet habe, leider ist er so madig, dass es keinen Sinn macht, den mitzunehmen. Das ist natürlich der Perlpilz. Und da steht ein ganz kleiner, schöner und knackiger. Ja, der darf heute groß werden. Und ja, heute sind wir nicht auf die Perlpilze aus. Nun, diejenigen, die unsere Videos verfolgen, wissen natürlich, dass ich ein eingefleischter Täublingsfan bin. Und wenn ich tolle Täublinge finden darf, wie dieser hier, sieht fast aus wie eine Marone von oben, oder? Dann nehme ich den mit. Und das ist natürlich wieder ein Ledertäubling. Und da sehen wir auch wunderbar die Lamellen hier. Das ist natürlich einer mit spröden Lamellen. Ich zeige das mal mit so einem leichten Gelbschimmer. Ich möchte nicht zu viel kaputt machen, denn der soll ja in die Pfanne. Einer leicht ablösbaren Huthaut. Ja, das ist der braune Ledertäubling. Und den gibt es hier relativ häufig. Und für mich ist das ein fantastisch, mild, nussig schmeckender Speisepilz in Pilzgerichten. Ich mag den richtig gern. Der darf mit. So. So, und jetzt folge ich wieder mal der Weisheit meines Opas. Und der hat schon immer gesagt, Junge, bleib sitzen und schau dich um. Und der hat recht gehabt. Da gehen wir hin. Mein Opa war übrigens Förster. So, schauen wir uns das mal an. Oh, fantastisch. Also der ist nun richtig schön. Der ist auch richtig schon größer. Und auch noch richtig knackig. Also, das ist jetzt wirklich mal. Oh, also wenn man den so umfasst und merkt diesen dicken, harten Knubbel, der sich drehen lässt. Und jetzt, was soll ich euch sagen? Ihr kennt das Gefühl. Deswegen mache ich das. Ah, eine Schönheit. Das geht nicht besser. Und im Sonnenlicht gibt es doch was richtig Schönes. Schaut euch das mal an. Nun, ihr habt sicher eine Idee, was das sein könnte. Ich gebe mal ein paar Tipps. Der riecht rettichartig. Der hat Schüppchen. Der ist ein Verwechslungspartner eines Pilzes, den manche essen. Ich allerdings nicht. Der Hallimasch. Der wäre auch ein essbarer Pilz. Oder auch des Goldhallimaschs. Und das hier ist der sparige Schüppling. Und das ist natürlich ein Pilz, der als giftig oder zumindest nicht als essbar eingestuft ist, weil er eben Magen-Darm-Beschwerden hervorrufen soll bei empfindlichen Personen. Nun, das ist eine Pilzart. Die ist natürlich zum Heiden und nicht freizugeben. Der ist noch klein und der tritt jetzt immer und immer mehr auf. Aber eine Schönheit im Wald. Ja, und weil ich schon bei Schönheiten im Wald bin. Nun, auch hier alte Regel. Ich habe den nicht gesehen. Erst aus dem Sitzen. Denn dann sieht man ihn im Profil. Und das geht viel besser. Nun, da ist ein neuer Fichtensteinpilz. Wir nähern uns mal von der anderen Seite. Da könnt ihr das besser sehen. Der ist natürlich ebenfalls wunderschön, jung und knackig und im besten Alter. So, wie ich sie am liebsten habe. Richtig fest und noch weiße Röhren. Nun, da ist eine Schnecke dran. Das merkt man schon, wenn man sie anfasst. Und der Schnecke werden wir jetzt mal den Appetit ein wenig verderben. Denn das ist meiner. Und der ist einfach auch wieder nur schön. Den machen wir gleich sauber. Herrlich. Wir machen Fortschritte. So, Pilzfreunde, für alle, die neu sind hier auf unserem Kanal. Herzlich willkommen. Und ja, ich hoffe, euch machen unsere Touren Spaß. Ist doch mal eine Mittagspause. Also, viel Spaß. Entspannt euch mit uns im Wald. Und genießt die schöne Tour. Und wenn ihr natürlich ein Abo dalasst, dann werdet ihr sehen, wir machen das auch etwas öfters. Und ihr seid immer informiert über die neuesten Pilze hier aus unseren wunderschönen Wäldern. Aktiviert vielleicht auch die Glocke. Dann verpasst ihr nichts. Das ist alles natürlich kostenlos. Und wir machen das einfach, weil wir Spaß dran haben. Und jetzt machen wir auch weiter. Und Pilzfreunde, ihr seht natürlich, es gibt nicht nur Steinpilze im Wald. Aber ich muss sagen, alles in allem, so artenreich ist der Wald hier nicht. Aber hier, da sehen wir natürlich hier besser grünliche Farben in einem, ja, wunderschönen, konzentrischen Hut. Wir sehen hier weniger Ringe. Und wir sehen natürlich auch keine Grübchen am Stiel. Das ist ein Milchling mit Orangermilch. Ich breche nochmal ein Stück ab. Und wie ihr ja wisst, sind alle Milchlinge mit Orangermilch essbar. Ich hoffe, man kann das halbwegs sehen. Jetzt ist es besser. Und das ist hier der Fichtenreizker. Ein durchaus guter, passabler Speisepilz. Auch Heil- und Vitalpilz. Nun, bei uns ist er nicht ganz so, ja, beliebt in der Mischpilzpfanne schon. Ganz einfach, weil er eben auch durchaus einen, ja, so leicht fischigen Geschmack entwickeln kann. Und das ist für uns, sagen wir mal, nicht so toll. Andere braten die Hüte rumgedreht in der Pfanne an, richtig scharf, Salz und Pfeffer, und finden das ein Hochgenuss. Nun, ich finde das nicht schlecht. Aber, Freunde, wenn ich Steinpilze sammeln darf, sammeln wir Steinpilze. Und damit machen wir jetzt weiter. Nun, hier lässt sich nochmal ein wunderschöner Ledertäubling finden. Das ist ein recht guter und, ich finde, sehr fantastischer Speisepilz. Also, das ist ein Pilz, der mit seinem nussigen Geschmack und seinem milden pilzigen Geschmack sehr gut eine Pilzpfanne abrunden kann. Und deswegen nehme ich den gern mit. Und ihr seht, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Es ist für eine kurze Zeit des Pilzesammelns keine so schlechte Ausbeute. Wir sind nun eine Stunde unterwegs. Ja, es ist kein Massenaufkommen, aber mehr können wir nicht essen. Also, ich bin wirklich zufrieden. Das sieht richtig gut aus. Ich würde sagen, Mission erfüllt, Steinpilzwald gefunden. Sehr schön. Ich bin glücklich. Nun, Pilzfreunde, hier stehen riesen Pilze im Wald. Die möchte ich euch einfach mal nicht vorenthalten. Und das ist natürlich ein Wald mit Tannen, ein Wald mit Fichten. Ja, und da sehen wir ein Pilz, der könnte theoretisch von oben auf den ersten Blick für einen Reizgack gehalten werden. Der ist schon groß, ja. Meine Hand ist nicht klein. 15, eher noch mehr Zentimeter im Durchmesser. Schnell einen Trichter ausbilden. Hier seht ihr, steht das Wasser drin. Relativ fest. Und hier drüben haben andere Pilzsammler ihren Irrtum wohl bemerkt und einen rumgedreht. Ja, den schauen wir uns jetzt mal ein bisschen näher an. Dann kann ich den nämlich schonen. Schaut mal. Da haben Pilzsammler wohl gedacht, es ist ein essbarer Pilz. Nun, ein Milchling. Ich habe den mal hier angeritzt. Ist es. Am Anfang, das kann man vielleicht jetzt mal schön zeigen, hat er weiße Milch. Schaut euch das mal an. Seht ihr das? Die kommt weiß heraus. Relativ schnell wird sie gelblich, bis sie dann schwefelgelblich wird. Wie hier. Ich hoffe, man kann das halbwegs erkennen. Nicht allzu viel Milch. Wir sehen einen bereiften, aber jetzt drehe ich das mal ein bisschen, ob man es schöner sehen kann, irgendwo sehr grobigen Stiel. Hier kann man es so ein bisschen gut erahnen. Der ist ein bisschen gefressen worden. Ist ein giftiger Milchling. Und wir sehen Stiel hohlwerdend, nicht? Also da ist ein Name Programm, da hat er ein Loch reingefressen. Also der Stiel ist hohl. Ja, das ist der grobige Tannenmilchling. Ein, ja, oder sehr wahrscheinlich der grobige Tannenmilchling. Da gibt es auch Autoren, die beschreiben diese Pilze als Franzenmilchlinge oder den grobigen Tannenmilchling als Varietät von solchen. Nun, ich bin da nicht der große Experte für solche Tannenmilchlinge, aber eines aus dieser Gichtung ist es. Auf jeden Fall ist es nichts für die Pfanne, denn dieser Pilz ist giftig. Aber wunderschön. Und auch der, der darf aussporen und stelle ich jetzt wenigstens wieder hin. So, und weiter geht's. Nun, ein Blick auf die Uhr sagt, wir müssen umkehren. Jetzt waren wir etwa 50 Minuten im Wald. Ja, inklusive An- und Abfahrt vielleicht dann anderthalb Stunden. Mehr gibt auch meine Zeit heute nicht her. Aber schaut euch einfach mal an. Also, ich denke, da kann ich mich bei meiner Frau sehen lassen. Das ist kein kleiner Pilzkorb, nicht? Das ist ein großer Pilzkorb. Und wenn man diese Pilze in einem kleinen oder mal in einem normalen Pilzkorb tut, dann wäre der jetzt voll. Also, wunderschöne Fichtensteinpilze und eins, zwei Ledertäublinge, braune Ledertäublinge. Das ist absolut ausreichend für uns und kann sich sehen lassen. Nun, ein wunderschöner Wald, ein neues Pilzrevier. Das macht Mut auf mehr und sicher waren wir hier nicht das letzte Mal. Also, ich möchte mich von euch verabschieden. Danke, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr mit uns gekommen seid ein Stück. Und wir nehmen euch gerne wieder mit. So, Freunde, so sieht das aus, wenn ein Pilzsammler mit einer triefenden Nase durch den Wald läuft und sich schon besser fühlt. Und nicht nur, weil die frische Waldluft gut tut, sondern weil Pilze einfach gut tun. Und deswegen möchte ich mich nochmal bedanken, dass ihr bei uns mitkommt und begleitet uns doch das nächste Mal wieder ein Stück. Also, das macht richtig Spaß. Wir sind von einer Steinpilzschwemme entfernt, aber ich habe eine gute Nachricht. Das geht erst los. Die sind noch klein. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über einen Daumen hoch von euch und über ein Abo unseres Kanals Unglaubliche Pilze. Weiterhin haben wir viele spannende Playlists für euch vorbereitet. Schaut euch das einfach an. Bis bald im Wald.